Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Erinnern Sie sich noch an die Diskussionen vor einem Jahr? Da haben wir noch alle in unseren Fraktionen darüber diskutiert, wie wir die Kommunen dabei unterstützen können, damit sie die Kriegsflüchtlinge versorgen können mit einer Unterkunft, mit einer Erstaufnahme. Es ging darum, dass die Asylanträge schneller bearbeitet werden sollen. Heute reden wir über ein Gesetz, dass Menschen, die aus Kriegsgebieten zu uns geflohen sind, dabei helfen sollen, in der Zeit, in der sie hier leben, Teil unserer Gesellschaft zu sein. In so kurzer Zeit hat unser Innenminister gemeinsam mit der Arbeitsministerin ein Gesetz auf den Weg gebracht, wo es um Integration und Teilhabe geht. Während andere europäische Länder sich noch immer verweigern, Menschen auch nur Unterschlupf zu geben, streiten wir heute darum, wie wir Bleibeberechtigte am besten und schnellsten integrieren können. Dafür möchte ich uns allen gratulieren. Es zeigt doch sehr, was wir unter Verantwortung verstehen. Heute verabschieden wir das erste Integrationsgesetz Deutschlands. Das Gesetz ist wirklich ein Meilenstein, wie die Bundeskanzlerin es gesagt hat. Dieses Gesetz zeigt, dass wir keine Zuwanderung ohne Integration mehr wollen und auch nicht mehr haben werden in diesem Land. Anerkannte Flüchtlinge unterstützen wir, aber Integration braucht eben auch Regeln. Diese haben wir in allen gesellschaftlichen Bereichen, und deswegen brauchen wir sie auch im Bereich der Integration. Es ist ein Gesetz der Partnerschaftlichkeit. Wenn wir den Flüchtlingen sagen, dass wir auch etwas von ihnen erwarten, nehmen wir sie eben als eigenverantwortliche Menschen ernst. Wir beziehen sie auf Augenhöhe ein in unsere Gesellschaft, weil wir sie eben nicht nur paternalistisch versorgen wollen. Die Kollegen von der Opposition haben einige Punkte kritisiert. Es ist ihr Recht. Aber schauen wir uns die Verhältnismäßigkeit an. Sie, Frau Dadelern, bezweifeln. Das haben Sie eben auch noch einmal deutlich gemacht, dass die Wohnsitzauflage überhaupt die Integration behindern würde. Experten des Sachverständigenrates sagen, also nicht nur die Politiker, wenn etwas Integration am meisten befördert, dann ist es eben Sprache und Arbeit. Und deshalb ist es auch richtig, dass die Flüchtlinge dorthin ziehen, wo sie eine Arbeit bekommen, wo sie Integrationskurse bekommen und Sprache lernen können. An einer Stelle muss ich Frau Dadelern allerdings recht geben. Es hat auch mich etwas irritiert, heute in der Presse zu lesen, dass die Staatsministerin für Integration selbst das Gesetz heute kritisiert hat. In ihrer Rede hat sich das alles anders angehört. Aber ich glaube, dass es einen Fadenbeigeschmack bei unseren Bürgerinnen und Bürgern hinterlässt, wenn wir nicht geschlossen hinter diesem Gesetz stehen. Ich denke, wir sollten doch nach außen hin eine klare Botschaft senden, dass dieses Gesetz hilft und fordern kann. Wir fordern die Menschen auf, die Sprache zu lernen. Aber wir stellen natürlich auch die Angebote dafür zur Verfügung. Allein in diesem Jahr fließen 250 Millionen zusätzlich für die Integrationskurse. Wir heben den Stundensatz der Integrationsschullehrer an. Wir erhöhen außerdem mit dem Integrationsgesetz die Orientierungskurse von 60 auf 100 Stunden. Dabei legen wir verstärkt Wert darauf, dass unsere Grundrechte und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen besser erklärt werden. Das kommt übrigens besonders den Flüchtlingsfrauen selbst zugute. Ganz wichtig für uns ist die Hälfte der Flüchtlinge zwischen 18 und 27 Jahren. Junge Menschen, die wir also frühzeitig unterstützen können, einen Beruf zu erlernen. Der Arbeitsmarkt kann das auch schaffen. Im Moment haben wir in Deutschland 41.000 offene Ausbildungsplätze. Auch für Geduldete haben wir Rechtssicherheit geschaffen. Wer eine Ausbildung beginnt, soll für die gesamte Dauer in Deutschland bleiben dürfen. Die bislang bestehende Altersgrenze zu Beginn der Ausbildung fällt weg. Da, wo die Arbeitslosigkeit niedrig ist, können die Länder entscheiden, die Vorrangprüfung wegzulassen. Eine Forderung, die oft von Unternehmen kam. Nun beschweren sich die Kollegen der Grünen immer noch, dass wir die berufsvorbereitenden Maßnahmen für Geduldete erst nach sechs Jahren zugänglich machen. Da frage ich mich schon manchmal bei so manchem Beitrag, ob sie überhaupt wissen, wer Geduldete sind. Geduldete sind Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Hinzu kommt, nur 0,6 Prozent der Asylentscheidungen dieses Jahr endeten mit einer Duldung. Über wie viele Menschen reden wir also? Wer als Geduldeter einen Ausbildungsplatz findet, hat auch Zugang zu allen Unterstützungsmaßnahmen. Nur die berufsvorbereitenden Maßnahmen haben diese Koppelung an den Arbeitsmarkt nicht, sondern finden allein bei einem Bildungsträger statt. Deshalb habe ich kein Verständnis dafür, dass Sie ein Gesetz schlechtreden, was 99 Prozent der Betroffenen unterstützt, weil Sie finden, dass noch nicht mal weniger als ein Prozent der Menschen schnell genug geholfen wird. Also bei allem Respekt, das ist einfach Quatsch. Insgesamt sieht der Finanzplan für dieses Jahr zusätzlich rund 10 Milliarden Euro für die Aufnahme der Flüchtlinge und die Bekämpfung von Fluchtursachen vor. Wer all das, was wir gemacht haben und jetzt auch vorhaben, gebetsmühlenartig schlechtredet, selbst gegen Expertenmeinungen und Erläuterungen, der betreibt das Geschäft der Angstmacher. Also stellen Sie sich doch einmal hinter die Menschen dieses Landes und stimmen Sie diesem Gesetz zu. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt die Kollegin Katja Maas das Wort.